Die Wohnungen im Nordhörner Stadtteil Bokold direkt an der Pestalozzi-Straße sind fast bezugsfertig. Zumindest die ersten. Nur noch wenige Wohnungen sind zur Miete verfügbar und wir geben euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick, wie die Wohnungen aussehen. Wir sind jetzt durch den Haupteingang reingekommen. Man sieht schon alles sehr schön hell gestaltet. Hier auf der linken Seite haben wir dann direkt einmal das Schlafzimmer. Eine Tür weiter. Gehen wir dann in das Badezimmer. Natürlich mit Waschbecken, WC. Wir gehen hier einmal um die Ecke. Da haben wir dann die Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner. Und hier haben wir dann die bodentiefe Dusche. Kompletter Neubau, Erstbezug. Gehen einmal nach gegenüber. Hier haben wir einen relativ großzügigen Abstellraum. Da kann man schon einiges loswerden. Und das Herz der Wohnung befindet sich hier. Einmal im Wohnbereich hier auf der rechten Seite. Alles sehr offen gestaltet. Hier haben wir dann die Küche und einen wirklich wunderschönen Essbereich. Hier als Wintergarten eingefasst. Natürlich könnt ihr euch die Wohnung auch live angucken. Hierzu nutzt einfach die angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf das nächste Video mit euch. Euer Immobilienteam der Grafschafter Volksbank. Jago,. 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 Jago,.